Überlebe den Durchbruch. Das wird so schief gehen, oh yeah. Y zu Energiewaffe wechseln. Oh, ey. Jupp, hier. Hier waren keiner unerledigt. Ich hoffe nur so nimmbar. Ich kann die ja trotzdem einmal ausprobieren. So, mal gucken. Da hinten, komm. Ja, das ist zielen. Nein. Mach wohl nur nach so. Da, wenn du von da hinten mit der Schmutzschritte schickst, dann kannst du auch nicht sparen. Ich spare mal Moni, ich geh jetzt ran. Zugriff. Und jetzt geh ich dir ran. Ja, 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 alles ums. Hier, Kollege. Geh ich jetzt wieder zurück. Alles unter Kontrolle. Guck mal hier. Alles unter Kontrolle. Ja, guck mal. Alles im Griff. Geh down. Komm raus. Weg. Wenn der mal stehen bleiben würde, wäre es aber schön. Manchmal rennt der nämlich ganz einfach von alleine weiter. Ich geh mal hier wieder in Deckung. Ähm. Na komm. Hab ich nicht noch einen von gesehen oder was? was? Ja. Ja. Ja, warte. Nice. Seid auch los. Ja, warte. Ja, warte. alles unter Kontrolle ist hier was? Nö. Genau so. Hier ist nix. Da ist nix. Äh, hi! Wo kommt ihr denn? Super bereit. Schmeiß ihnen alles entgegen, was du hast. Ja, natürlich. Kommt nur entgegen, Alter, du Krücke. Ich brauche auch keine Böken. Na, Krücke ist da nicht verboten. Nö. Nö, nö, nö. Ich geh mal hier in Deckung. Du sollst stehen bleiben. Down. Nö, 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 nö. Ich geh mal ein bisschen zurück. Da hinten hab ich mehr Deckung. Ja, sichi. Tritt mich doch von allen Winkeln hier, Mensch. Ja, nachladen ist ja falsch. Nein, komm. Boah. Ich hab das auch noch im Augenwegen gesehen. Hochgeschließen. Alter, das wird schwieriger als gedacht. Aber ich kann mit der Schroffel, der wieder entfernen kann. Genau so macht man da. Ohhhh. Mimimi. Ja. Ich bin von einer Verkaufel und sagbar schon viel Kraft. Die waren wirklich dick. Alles unter Kontrolle. Solange ich lebe, ist doch alles unter Kontrolle. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Vorbein mal her, Kollege. Von neben dir. Aber merk ich schon. Ja, ne? Oh, puh, alter. Alter, egal. Ist richtig schwer, ey. Ich probiere mal was. Zugriff! Ich hab das nur unter dem Ball. Hä? Ich hab das, der Boss nur unter dem Ball. Okay. Dann genug ist mir, dass du da. Ach, du, unter dem Ball, den kannst dann doch super aktivieren. Was kann ich? Der hat dir vorhin geworfen, kannst du ja so warten. Wie war das noch mal? Ich hab's vergessen. Der hat mir keinen Corona-Tag. Der hat Corona-Einstellungen da. Hätte das sein können. Ach egal, ich wag mich einfach hier. Irgendwie! Amoisen! Ich hab's ja irgendwie gedacht, ich werde krank. Ach, wir kriegen das schon irgendwie hin hier, hoffentlich. So. Ich wechsle noch mal. Wow! Der hat so'n Kiffenkamp. Oh mein Gott, der hat wie für'n Nahkampf genutzt. Oh mein Gott, shit! Dein Lichter ist Starkhüter! Hä, was, chat? Du meinst YouTube-Koop? Ja, YouTube-Shit! Achso! Wow! Ich muss ja auch erstmal reinkommen, du kennst das Spiel ja gefühlt schon tausend Jahre! Hat eine Evolution bekommen. Nice. Er ist down. Und da noch einen. Ah! Ja, Moin, Kinder! Na ma, sind eure Mütter nicht da oder was? Hüterfähigkeiten! Mal gucken. Okay. Okay. Und die Linge haben wir ja auf den kleinen Granaten. Alles klar. Hm. Hm. Okay. Gehen wir mal zum Claimen, Looten, irgendwas. Warte mal, ich geh nochmal reingucken. Ist hier immer zum Looten noch? Nö. Dann gehen wir mal durch. Geh immer weiter. Geh immer weiter. Ja, das heißt... Geh immer weiter. Oh, entschuldige. Ich wollte schon. Ich versuche ein Schiff ausfindig zu machen, das uns nach Hause fliegt. Das ist gut. Granzi 05. Hier was geil. Oh, mehr Spieler hier. Ich bin draußen. Und gleich Gegner hier. Achtung. Ein gefallenen Raid-Kommando. Wir stecken in mehr Schwierigkeiten als ich dachte. Warte mal. Nein! Woll. Uah. Steinfried! Kriminalkulizei. Drenge den Angriff zurück, Kämpfer bis die Pummelchen drin. Was liegt hier? Stimmt, weiter geht denke ich mal. Der zeigte ich schon so hin. Ach ja da ist der der Pummel. Schlau. Ich kämpfe weiter, ich scanne nach Schiffen. Aber mit dem in der Ferne. Ferne kamen. Ferne kamen. Was geht dahin, oder nicht? Genau, nur da auf. Ich habe gleich gedacht, was wir wissen. Du... Falls du wieder schlimm bist, oder? Ich gehe noch irgendwas... Ne, ich gehe mal kurz zurück in Deckung. So... Mann! Kameramann, ne? Alter, das nennt man Rückstoß. Ich wiederhole, hier ist Sean Hahn. Meine Vorhut-Operation ist kompromittiert. Ich bin von meinem Strike-Team getrennt. Ach, schau. Mann! Alter! Was trifft mich hier? Ja! Mann, Alter! Ja! Alter! Aber der ist tot. Hüter, wir müssen hier weg! Ja, ach, danke! Weiß ich. Was wir hier wecken müssen. Ich frage es wohin Alter Sack Weg mit dir So Vor Zocker gleich wieder meckert Da ich Waffe wechsel für Fernkampf Hier bitte Aber spring Verfolge das Signal Zurich Ja Moins Digga Dann hau ich ab Dann hau ich ab Dann hau ich ab Wenn ich wüsste wohin Aber wo mich das Ziel hinlotsen will Egal Ich geh einfach mal Ich geh einfach mal Ich geh einfach mal Mal Dieser Rückstoß Ding Da geht nicht lang Hab ich grad gepergt Danke Ist mir weiter schiefgegangen So Ich weiß nicht was mich erwartet Hier durch Die Tür oder Ne anscheinlich Puh Macht Spaß Wenn es sogar nicht gleich so voller Elan wäre hier Ah Ah hier ist We are points Weg da Komm her Komm her Ja komm Traut euch Die werden Da ist ne schlaue Kai Die wird nicht einfach für die Kommt erst zu den Merge schon Ja toll Lad weiter Kein Problem Nimm mal lieber Das ist besser Ah kann ich hier durch? Wendel Das ist ein Beispiel Roll Hier rein Aufgehen Einmal wieder zurück In Deckung Ja Ja Man merkt ja Ja Da ist ne Down Das nur einer Weg mit dir Krücke So Da durch La 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 Okay, Katzin anscheinend. Oder Ende, oder keine Ahnung. Ah, okay, Katzin. Dem Licht sei Dank. Ich wusste gar nicht, dass auch andere hier patrouillieren. Hör zu, mein Einsatztrupp ist verschollen. Ich brauche Hilfe. Und... Du kommst frisch aus dem Grab, oder? Wir haben deinen Notruf gehört und wir sind gekommen. Mutig. Gefällt mir. Aber ganz schön viel für den ersten Tag. Ich habe die Perimeter-Scans zu schnell gemacht. Und jetzt... Ich muss mein Team finden, bevor nichts mehr davon übrig ist. Bleibt ihr hier. Ich bringe euch danach in die Stadt. Ich habe es hierher geschafft. Lass mich helfen. Verstehe. Keiner wird gern ausgegrenzt. Hüter sind vereinstärker. Oder etwa nicht? Hab ja auch gehört. Du klingst wie Commander Zavala. Mal gucken. Meinetwegen. Dann los. Das wird ganz schön haarig. Aber macht, was ich sage. Dann schaffen wir es. Wir enttäuschen dich nicht. Nö, so wie ich schieße überhaupt nicht. Bei einem Signal. Ne, was hattest du gerade gesagt? Bei der Katzin? Zogar? Was hattest du gerade gesagt bei der Katzin? Was? Was hattest du eben gerade bei der Katzin gesagt, wo ich das nicht ganz verstanden habe? Oh, ja. Let's go.